Schauen Sie sich mal diesen BMW an. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. In diesem Auto finden Sie mehrere Extras, beispielsweise eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Als zusätzliche Sicherheitsausrüstung hat dieser BMW außerdem ESP verschiedene Airbag-Systeme und vordere und hintere Parksensoren. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017